Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Freunde, es ist soweit, ein neues, lustiges, ja, ich sag mal, Horror-Game ist rausgekommen. Und zwar Content Warning. Das Game funktioniert folgendermaßen. Man hat eine Kamera und drei Tage Zeit, drei unfassbar lustige Horror-Movies zu drehen. Nie immer die Winter, so ein kacke, kacke Ainser. So Freunde, das war's von Tag 1 aus dem K-Hall hier in Berghain. Und dann muss man eine bestimmte Anzahl an Views generieren, ansonsten hat man verloren. Das Ganze war unfassbar lustig und wenn ihr das nochmal sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich glaube, ich glaube... Guck mal rüber, guck mal, schnell rüber. Kann immer nur einer. Ja, Max, ja. Nee, ist mega krass. Krass, oder? Ich bin der Wethilfer. Digga, du siehst aus wie ein Huren-Zone, das ist ja immer krass. Verlasse das Haus, ist der nächste Schritt. Lass erstmal hier raus. Oh, hier ist der Plan. Oh, man muss so nahe nachher bleiben, weil es so leise ist. Ja, guck mal hier, hallo, hallo, hallo. Also, der Plan ist simpel. Wir müssen runter in die alte Welt, was auch immer das heißt. Wir müssen was gruseliges filmen. Das ist pre-TikTok-Ele. Mann, wie, dann gehen wir raus. Dann müssen wir es auf SpookTube hochladen und wir müssen berühmt werden. Ja, okay, lass Wielands Mutter suchen und die filmen. Okay, let's go. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, die Ktoffi drücken. Alright, wir tauchen ab, Männer. Mach die Kamera aus. Hey, Leute, hier ist so eine Tür, die auf und zu geht. Ja, hier ist, oh, hier ist die Tür zu und aufgegangen. Kriegen wir es, wenn das hier niemand stirbt. Okay, spring, spring, spring. Let's go, das war cool. Oh nein, der hat die Matta verloren. Naja, halt das. Okay, okay. Lass mal hier lang. Jungs, 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 Jungs. Jungs, 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 hallo. Ich kann mich nicht bewegen, Jungs. Jungs, halt drauf. Hallo, Redi. Oh mein Gott, ich hab's gefilmt. Wir sind alle tot, wir sind alle tot. Da muss die Kamera. Ach, alle? Okay, wir müssen ins Bett gehen. Ich glaube, wir haben den ersten Tag eigentlich krank hart geblowt. Ich will neben Wieland schlafen. Ich will neben Wieland schlafen. Ich schlafe immer nackt. Ich schlafe nackt. Ich schlafe nackt. Ich schlafe jetzt einfach. Ich bin steif. Sei dir auch steif, Junge? Guten Morgen. Wir müssen 3000 Aufrufe machen. Und wir haben zwei Tage verbleiben, Bro. Das ist die Chef-Strobel-Challenge. Wir müssen heute wirklich rasieren, Leute. Wir müssen heute einen guten Clip machen. Ey, ey, Revi, mach schnell Intro für das Video. Okay, halt drauf. 3, 2, 1. Ja, Leute, was geht? Helft, willkommen zu einem neuen Video. Heute befinden wir uns in einem alten Indianer-Denkmal und werden die Totenruhe von 10.000 Indianern stürmen. Let's go, beginn rein. Oh, Mann, ey. Oh, mein Gott, Leute. Das sieht aus wie das Kit Kat. Tomatolix ist auch irgendwo hier. Mann, Junge. Oh, Mann, die Kamera. Raus, 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 raus. Ey, ich mach eine Anmoderation. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir haben heute den Steckenmann getroffen. Wenn ihr mehr von dem Steckenmann sehen wollt, lasst doch jemand da oben da. All right, raus, 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 raus. Der größte Loser. Raus, raus. Ich glaube, wir können gehen. Ich glaube, wir können gehen. Jungs, wir müssen rausfinden jetzt. Oh, Achtung. Jungs, 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 was ist das? Er sagt Angriff, er macht Angriff. Achtung. Das ist, oh, mein Gott, raus, 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 raus. Wir müssen weg. Wer ist noch am Leben? Nur noch wir beide? Bro, wir brauchen die Kamera halt. Ist das hier die Kamera? Ja. Okay. Wie filmt man? Air Selfie-Mod? Haben nicht mehr, die Kamera ist schon fast voll. Wir müssen raus. Wir müssen nur noch raus. Raus, 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 raus. Lauf, 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 lauf. Wir müssen den Ausgang finden. Lauf weiter, lauf, 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 lauf. Wer ist er denn? Oh, der hat mich betont. Oh nein. Der hat mich betont, er hat mich. Scheiße, ich muss jetzt alleine hier rauskommen. Das ist ja richtig moch. Oh mein Gott, hier ist noch eine Kamera. Hier sind wir vorhin gestorben. Hier sind wir vorhin gestorben. Man behält die Kamera. Das ist die Kamera von vorhin. Okay, beide Kameras liegen aber auf dem selben Spot. Digga, Revy lebt noch. Ja, ja, lebt noch. Ja, Revy lebt noch. Der hat die Kapsel gefunden. Jo, so ist kein Wechselgaming, what the fuck. Bro, du hast uns allen verraten. Du hast uns verraten, Bro. Wir haben den Ausgang nicht gefunden. Pass auf, pass auf. Jo, weil ihr, ich, ach so, warte. Ganz kurz, ich habe euch verraten, weil ihr zu dumm seid, den Ausgang zu finden. Nein, chill, 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 chill. Pass auf, ich habe beide Kameras am Ende gehabt und bin damit gestorben, okay? Wenn wir da hinkommen und beide Kameras einsammeln, haben wir alle Clips, die wir aufgenommen haben und können die dann, glaube ich, hochladen und dann haben wir es immer noch gesaved. Okay, okay, ey, hat irgendwer von euch noch einen Plan, wo wir beim ersten Trail hingelaufen sind? Doch, 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 überlegt mal. Ich glaube, wir sind in Richtung des weißen Lichts gelaufen. Das war, glaube ich, da lang. Ich habe es, ich habe es. Ich habe es. Jungs. 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 Was mache ich jetzt? Ich gehe jetzt ohne die raus, oder? Reh, wie hörst du mich? Ja, ich komme, ich komme. Ich habe die Kameras, komm einfach rein. Der schlechte Mann hat mich gefängert. Max, hier vorne, hier. Oh mein Gott, das ist Twimax. Twimax, kannst du mir ein Intro einsprechen? Nein. Okay. Okay, dann können wir los, oder Jungs? Ja. Okay, wir müssen nur noch Wieland warten. Ja. Warte, was ist mit Wieland? Scheiß auf den? Ja, drei von vier haben es geschafft. Komm, drück den Knopf. Komm, man abwarten. Krankenhausrechnung für Romatra, null Dollar. Wo ist Romatra, hallo? Ich weiß nicht genau. Wieland. Ich war schon daheim. Ich bin vor euch, ich bin schon mal hochgegangen. Ich habe eine Spürmaschine ausgeräumt. Ah, okay, korrekt. Reinwerfen vielleicht da, wo der Pfeil ist. Ah, ja. Da, in die Kamera. Alter, in die Buchse. Ah, ja. Ich habe auch eine CD-ROM in der Hand. Ja. CD-ROM. Dann müssen wir zum Fernseher gehen jetzt. Männer, setzt euch auf die Couch. Auf die Couch setzen. Ich gehe auf den scheiß Holzstuhl, kann von hier nichts sehen. Okay, ich fange die erste Disc rein. Seid ihr bereit? Ah, wir haben es hochgeladen schon direkt. Wir haben schon... Das bekommt Aufrufe gerade. Der Schnecken, Mama. Der Schnecken, Mama. Ist that a snail? Ist that a snail? Okay, let's go. Komm, wir gehen raus. Wir haben genug. Jetzt, der klingert mich. Da, guck da. Das ist passiert. I wonder if ich bin Lizardman, is a good friend. Ja, ist er. Ey, wieso kriegen wir keine Views? Wir haben nur 2.100 Aufrufe. Ich weiß nicht, haben wir noch einen Tag? Herr, aber was haben wir falsch gemacht? Was haben wir falsch gemacht? Es war nicht groß... Vielleicht haben wir noch einen Tag. Lass hochgehen schlafen. Ah, you did not have what it takes to be famous. Your dreams were crushed. You died of sadness. But then you realized it was only a bad dream. Okay, feels good, man. Es war nur ein schlechter Traum. Okay, wir fangen wieder von vorne an. Zweiter Versuch. Jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Vor uns, vor uns, vor uns, vor uns direkt, vor uns direkt. Vor uns, vor uns, wo steht vor uns? Das ist ein Schneckenmann und so drei Schneckenmänner. Drei Schneckenmänner? Yo, ihr seid echt hässlich, Mann. Das ist mein Freund, der Schneckenmann, und ich werde ihm jetzt die Hand schütteln. Oh ja, Wieland, schön. Ich halte drauf, ich halte drauf. Ich halte drauf, ich halte drauf. Wir haben 19 Prozent. Lass noch ein bisschen filmen mit den Schnecken. Rivi, geh du noch einmal rein. Okay, 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 ich mach nochmal, ich mach nochmal. Okay, lass dir vor. Ja, schön, Männer, schön. Mehr davon, mehr davon. Warte, ich... Der Film ist leer! Raus, raus, raus. Fülle die Sterne, fülle die Sterne. Leute, Leute, wir filmen gar nicht mehr. Wir haben keinen Film mehr. Er ist tot, er ist tot. Wir haben gar keinen Film mehr. Nein, wir haben gar keinen Film. Wir müssen gehen. Er ist umsonst gestorben. Bro. Oh, das kriegt gute Views. 500, 500 Views, 600 Views. Die die nicht festhalten. Oh, nee, oh, nee. Ist das scheiße. Wir haben schon ein... Oh, der ist gut gefilmt. Okay, wir haben 1K Views. Ich glaub, mehr wird's nicht. Ja, 1K Views. Okay, lass uns mal was probieren. Komm mal her, film mich mal ganz kurz. Ich mach's auch kurz, warte. Okay, ich mach's auch einmal mit der Kamera. Alles für die Views. Das rockt. Bro, das wären Blog-Kamers gewesen. Oh, Jungs, 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 Jungs. Achtung. Er schieß, film, film. Ich film. Ich film. Er schieß mich tot. Au! Jungs, ihr müsst die Kamera nehmen. Ich bin tot. Oh, nein. Ist das scheiße. Ah! Hilfe! Hol die Kamera! Hilfe, hilf dir doch! Der ist so dumm. Der versteht's nicht. Der muss die Kamera setzen. Mann, Leute! Oh, Wiedern hat die Kamera. Wiedern hat die Kamera. Oh! Ich bin nicht in der... Ich bin nicht in der... Ich bin nicht in der... Ich bin nicht reingerannt. Bro, okay, Max ist auch tot. Jetzt ist nur noch Wiedern am Leben, ne? War das Wiedern auch tot. Wir sind alle tot. Digga, die T-Man. Wir haben einfach gehackt. Viel Spare, man. Jo, Freunde, was geht? Meine Freunde und ich haben heute extrem viel Kid an mir genommen. Wir gehen gemeinsam rein in Skalehole und filmen ein paar Monster, die überhaupt nicht da sind. Let's go, schizophren. Auf geht's. Oh, mein Gott, das ist das, das habe ich noch nie gesehen. Oh, den hatten wir noch nicht. Ey! Au! Ich bin tot, Gigi. Bro, er sieht doch scheiße. Was ist das denn? Oh, was ist das denn? Du bist ja gegen die Wand gelaufen. Warte, das hast du ja, der geht nicht. Bin ich doof? Okay. Ey, und ich glaube, wir haben genug. Ich glaube, wir haben genug. Das war auch. Ja, wir haben genug. Ja, wir haben genug. Das ist toll. Ja, wir haben nur quasi instant am ersten Gegner Kevin verloren. Aber sonst haben wir gut gespielt. War gut, war gut, war gut. So. Hallo, hallo, hallo. Dann hol die CD raus und dann gucken wir uns das gleich direkt mal an. Ja, wir kriegen ganz gute Views. Wir haben 500 Views. Wir haben einen verloren schon. Ist der schon tot? Wir haben 1000 Views, let's go. Ultra gut, ultra gut. Nie, man gewinnt ja so ein Kacke-Aim. So, Freunde, das war's von Tag 1 aus dem K-Hall hier in Berghain. Wir gehen zurück ins Taxi. Uber, guck, Taxi kommt. Tschüss. Bro. Stark, Digga. Digga. Das war unser bester Run aller Zeiten. Ja, der war richtig stark. So ein richtig, richtig starker. Yo, no joke. Hallo, Leute. Ich bin heute mit meinen guten Freunden unterwegs. Und wir testen auf die Uhr heute ins... Hab abgebrochen, hab abgebrochen. Rebi, mach du. Ich bin auf dem doppelten Candyflip. Mein Name ist Dave und wir gehen rein ins Fetisch-Raum. Okay, jetzt du, Max, schnell noch. Äh, ich weiß gar nicht, was sagen soll. Lass einfach gehen. Okay, gut. Wieland hat einen kleinen Schwanz. Wieland wieder raus. Warte mal, wer ist denn der? Uber! Oh mein Gott, was ist das? Das ist der Türsteher. Der Türsteher. Ich hab keine Teile. Ich hab keine Teile. Da kam Wieland geflogen. Wieder das Tod. Jungs, hier ist noch was. Jungs, du sagst, Aua. Okay, okay, okay. Wie in Gottes Namen komm ich hier raus. Jungs, hier ist ein Bomber. Ja? Der Türsteher hat mich auf Teile besucht. Ich hab nichts. Wir müssen zurück. Ich glaub hier. Hinter uns Bomben und Bombe. Okay, ihr Herren von der Kette. Ich glaub, Travis ist tot. Travis ist tot. Travis ist tot. Hi, Leute, was ist das? Wir haben da Travis verloren. Kurz das Update. Steck mal hinter dir noch. Steck mal hinter dir. Hier sehen wir eine der Kokarinen-Keterleichen aus dem Berghall. Er ist seit zwei Tagen drauf und kommt nicht mehr klar. Schau dir das auch an. Komm. Okay, okay, ich glaube. Kennst du den Weg, Bro? Ich kenn ihn nicht. Wir müssen nur raus, wenn wir da hin. Wir haben ein Bang-Up-Video, Bro, wenn wir hier rauskommen. Willst du irgendwas Lustiges noch sagen? Willst du jemanden grüßen? Ja, ich grüße tatsächlich meine Mutter, die gesagt hat, du wirst niemals in den Berghall schaffen. Was sagst du jetzt? Mama, ich hab dir zwei Männer-Sex. Weißt du doch gar nicht. Okay, lass uns hören, dass wir viele Aufrufe haben. Meine guten Freunde unterwegs. Und wir... Drei, zwei, eins. Ich bin auf dem doppelten Candy-Clip. Mein Name ist Dave und wir gehen rein ins Fetisch-Raum. Wieder mit einem kleinen Schwanz. Warte mal, ey. Oh mein Gott, was ist das? Das ist der Türsteher. Der Türsteher. Ich hab keine Teile. Jäger, was macht der mit Rumatra? Da kam Wieland geflogen. Na, Jungs, sag mir dann, wie wir performt haben. Kommen wir nach Mediakraft? Kommen wir rein? Wir haben fast 2000 Aufrufe, Bro, mit einem Video. Let's go. Christoph Krachten, ich bin bereit, von Digger-Fekt zu werden. Übelzgeil. Wir haben jetzt schon nur Views. Hu, 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 hu. Danke, Jess Tazers. Tazer mich! Tazer mich! Elegal. Ich freu mich jetzt so, diese Monster weg zu tasern. No joke. Bro, ich weiß gar nicht, ob das klappt. Freunde, wir haben uns illegale Kriegswaffen gekauft und gehen jetzt in den Club und werden unschuldige Leute im Club tasern. Viel Spaß. Das wird ein Gore-Video. Achtung, hier sind... Komm, hier... Ey, da ist einer! Ah! Ah! Jungs, Aua! Das ist so ein Krammer. Ich habe einen Getscher. Ich habe einen Getscher. Ich habe ihn nicht gefilmd. Film jetzt, jetzt, jetzt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Film den, film den, film den, film den. Ja, okay. Er zückt doch einen Arschloch. Na ja, Friemi ist tot. GG. Ich bin den Tazer. Willst du noch einmal filmen, wie Kevin Tazer? Nein. Ja, komm, warte, ich stelle mir was. Ja, gut, okay, doch. Okay, oh. Okay, oh, oh, oh. Aua! Jetzt wieder da, jetzt wieder da. Ach, komm, ach, komm, hilf! Ich habe keine Tazer-Ladung mehr. Max, komm raus! Ich bin! Oh nein. Oh mein Gott, Wiedel hat sich auch abwerfen lassen. Ey, Digga, das war's. Sind beide tot? Max, komm mal schnell, still! Digga, das Video wird so scheiße gleich. Mein Bruch, Point of View. Stark, Max, stark, stark, stark. Was ist das, was ist das, was ist das? Ich habe den Tazer, ich habe den Tazer! Ich habe den Tazer! Ich habe ihn nicht gefilmt! Ich habe den Tazer! Ich habe den Tazer! Film den Tazer! Wow, 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 der ist noch da, der ist noch da! Ich filme, ich filme, oh mein Gott, was macht der? Ist das scheiße? Die Tazer! Hey, der zutet alle, der zutet alle! Digga, Max schreien ist so laut, Junge. Ja, super laut. Hilf, ich bin, ich bin's! Das war's. Da war der Akku leer. Ey, wir haben 1.993 Aufrufe bekommen, sehr geil! Ey. 45.000 Aufrufe müssen wir schaffen. Was? Was? Aber ich glaube, wir haben halt schon ein bisschen Community aufgebaut, das geht, um einfacher. Okay, das kann sein. Ja, das kann sein. So, Freunde, hallo. Hallo, hallo. Oh. Ey, das ist übelst geil. Ich höre dich überall. Ich höre dich jetzt hier perfekt. Ich gehe mal kurz hinter den Baum, okay? Drei, zwei, eins. Boah, ich stecke mir was in meine kleine Arschbuschie rein. Hörst du das so? Ist das geil. Hast du es gehört? Ja, ist übelst geil. Was hast du hier? Ich habe ein Soundboard. Ich kann so... Wenn Rewi einen Gag macht, mache ich zum Beispiel das. Ah, okay. Okay, stark. Cool Transition. Freunde, wir sind hier in der Schulcafeteria und hier ist der Schimmel, dass er sich Großteam Wallraff ermittelt. Wir gehen jetzt rein in den Burger King Keller. Oh mein Gott. Der schießt, der schießt, der schießt. Hier im Burger King Kühlhaus spielen sich unfassbare Dinge ab, meine Freunde. Eine Sentry Gun schießt auf Leute. Das gab es noch nie im Burger King. Hier ist eine Sentry Gun. Oh, da unten kommt meine Mutter. Achtung. Mama, lass es. Oh mein Gott, das Gesundheitsamt. Tevin, komm her. Tevin, komm hoch, bitte. Ich bin tot. Mann, Digga. So eine Scheiße. Tevi? Tevi, Papi? Sind alle tot oder was? Papi, Tevi? Oh nein, ich bin am Arsch. Ich bin alleine, oder? Levin hat noch. Was macht er? Ich bin tot ein bisschen. Oh mein Gott, er hat das Scheiße getasert. Ich fick ihn. Holy shit. Ich fick den kleinen Bastard. In den Arschloch rein, Alter. In der... Ja, GG. Oh, smart. Oh, ich bin besser. Ja, GG. Ach, Digga. Was macht ihr denn? Aber wisst ihr, wo die Kamera ist? Die Kamera ist in der nächsten Runde auch noch da. Wir müssen jetzt nur finden. Haben wir nicht jetzt verloren? Ja, aber wir kriegen jetzt eine mordshohe vierfach Krankenhausrechnung. Eine mordshohe. 80 Dollar, ja. 80 Knoten. Ja, das knapp. Wir müssen nur schnell zur Rivis Mutter, dann haben wir es. Wir brauchen 22.000 Views. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Ich kenne die Videos, da wir sind. Digga, das schafft Chef Strubel nicht mehr mit seinen besten Uploads. Wie sollen wir das schaffen? Ich kenne die Videos, da wir sind. Guck mit. Der Mann hat das seit sieben Jahren. Digga, das Ding ist tot, Leute. Was ist das? Das ist ein Monster. Ich habe das Mikrofon gefunden. Hallo, hallo, hallo. Hier unten ist der Schneckenfick, ja? Schneckenfick, Schneckenfick. Das ist so laut, Bruder. Holy shit. Oh ja, Schneckenmann, los. Man, Rivis halt dein Maul. Ich stehe hier oben drauf. Der Schneckenmann kann mir gar nichts. Das ist ein Monster. Das ist kein Monster. Was macht das denn? Aua. Bleib mal drin, bleib mal drin. Ich gehe rein mit dem Mikrofon. Oh ja, ich kriege Schmerzen. Oh, es tut so weh. Mein Arsch wurde gefickt. Ich mache es nochmal. Ich finde es geil. Ja, das ist so geil. Das ist die Stahlmaschine. Strahl, die Strahl. Das ist nicht das Gehlein. Das ist ein Fackfack. Oh, ist das geil. Okay, die einzelne Jungen frauen mich hoch, genau. Wir können das auch nicht machen. Was ist das? Ääh, die spinnen, die. Wir sind alle, die, die. Ääh, jetzt spinnen auf wir, jetzt spinnen auf wir. Seid ihr auch im Spiderweb gefuckt? So fühlt es sich an, im Multilevel-Marketing-Stelken zu sein. Verdammt normaler Schneeball-System hat mich. Komm da raus, Junge. Du musst mehr Produkte verkaufen. Okay, ich bin raus, ich bin raus. Oh mein Gott, ich bin aus dem Multilevel-Marketing-System raus. Jungs, wartet auf mich, bitte. Es hat mich ins Mikrofon. Wo hin denn, wo hin denn, wo hin denn, wo hin denn? Wir müssen raus hier. Scheiß, scheiß auf mich, scheiß auf mich. Hey, hey, da kommt was. Da ist was. Leute, hinter euch. Hinter euch ist das fix. Wieder das Tor. Fixedding. Wir müssen hinterher, der hat die Kamera. Bro, wir haben keine Autome, wir müssen hier raus, ne? Ja, ja. Okay, das ist nicht schlimm. Wir müssen nur gleich die Kamera wiederfinden. Das werden wir finden. Das werden wir finden. Oh, da ist, Achtung, der ist vorweg. Stopp, Sorge, komm. Scheiße. Wie lange, oder? Oh mein Gott, der muss Produktion flachen, was für den Hof war. Wie kann man so viel Scheiße den ganzen Tag haben? Oh mein Gott, dass die Corona-Impfung lauft. Nein, Jungs, 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 ich bin tot. Ich werde tot sein. Der Booster. Die Leute auf Telegram hatten recht. F*** mich doch. Ich bin der einzige Hörmann, der soll mir das alles steuern. Wenn Max jetzt beide Camps recovern würde, wäre krass, oder Kevin? Ja, ich glaube nicht, dass das passiert, um nichts. Oh, sorry. Aber ich hatte beide in der Hand und dann hat das Monster gejumpt. Aber Tag 3, no joke, da liegen da drei Camps in der Nähe der Kuppel. Da können wir es immer noch schaffen. Lord, man kann auch Volt einfach literweise Cam bestellen. Ja, dann können wir nicht mehr zweifeln. Oh, lecker mit Nudeln. Alter, Nudeln mit Sperr... Der Cut war perfekt. Ey, wo ist ein Fatmax? Fatmax ist hier. Fatmax. Hier waren wir doch. Oh mein Gott, oh mein Gott. We found our Kamerads under f***ing, f***ing May Connor and the Dice. Okay, okay. We go off to Dubai. Bro, was sind wir diesen Leuten, die zu ihrer Mama nicht Mama, sondern Mutti sagen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Quote von prostituierten Kindern da relativ hoch ist. Wow. Ja. What the f***, Alter. Today I have really big ball. Ja, fette Schwänze, dicker Ei, fette Schwänze, guck ich die Saft, 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 Saft. Ja, Leute, das nächste Mal bitte ohne Rewi spielen. Okay, alles auscashen, let's go. Ist das scheiße, Mann. Ich hab das Mikrofon gefunden, hallo, hallo, hallo? Hier oben ist der Schneckenfick, ja? Oh, Mann, oh, ey, aua. Ich film ihn doch. Ja, Schreckenmann. Ich steh hier oben drauf, der Schneckenmann kam ich noch nix. Ja, ja. Oh, Mann, ich film noch ein bisschen. Verdammt noch mal, der Schneemann-System hat mich. Komm da raus, Junge, du musst mehr Produkte verkaufen. Aua, was soll die Scheiße? Hilfe, Hilfe. Hallo, hallo, check, mic check, one, two, one, two. Ich will nach Hause, wer hat die Kamera? Ich hab die Kamera. Das war richtig erfolgreich, das war unser erfolgreichstes Video in der ersten Runde, Realtalk. Okay, jetzt das hier. Ja, Freunde, das war's, wir gehen gleich drauf. Meine Krankenversicherung zahlt das nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich hab mir eine gesetzliche rausgelassen. Liebe Grüße, ciao. Kurz Update, wir haben WLAN verloren und tatsächlich ist es keine Sets über 20 Minuten aufgefallen. WLAN ist ja eigentlich seit Anfang an der Runde nicht dabei und im Endeffekt stört es unser Vierer-Squad überhaupt nicht. Da müssen wir das AdSense nicht durchvierteln. Liebe Grüße, ciao. Meine Mutter, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ey, Augenbänger, Alter. Ich hab noch einen. Okay, Leute, heute versuchen wir unsere Kameras zu retten. Wir sind in der f***igen Berghain. Wir haben sie da zwei Tage vorhin in einem f***igen Katamin. Hey Leute, wir sind in einem f***igen Katamin-Roll. In drei Tagen habe ich in der Klop, Mann, Nene. Wir machen jetzt internationale Vlogs und wir werden unsere Kameras zu retten. Ähm, Mama? Jungs, meine Mutter! Meine Mutter! Mama! Oh Gott! Der ist echt stark! Der ist echt stark! Mutti! 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 Mutti ist verrückt! Today I have real Big Bob fette Schwendt, dicker! Fette Schwendt! Fette Saft! 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 Dicke, ich verreck hier! Ich verreck hier! Das war so witzig! Dicke, holy shit! Haben wir damit das nette geschafft? Dicke! 4.500! 4,7.000! Wir haben so ohne Verformt! Ey, merkt ihr euch den Weg wieder hoch? Scheiße! Jo, ich bleib mal den Weg hoch! Hau ein! Hast du nicht zu? Hau ein! Also, ich hab überlebt! Ihr könnt auch hierher kommen! Äh, äh, ich, ich, wenn ich Monster sehe und mein Penis nicht mehr steif ist! Ey! Oh, hier, hierher! Fester den mal! Fester den mal! Aua! Ich bin tot, glaub ich! Nee, doch nicht! Doch! GG! Vollidiot! Na Kevin hast du die? Guck mal, guck wo Max ist! Guck wo Max ist! Guck wo Max ist! Springen und hüpfen! Guck mal, der Typ ist so dumm aus dem Spinnennütz rauszukommen! Springen, hüpfen und sprinten! Sprung! 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 Und schaut das Ding an! Darum steht er rum und schaut das Ding an! Ey, dieser dumme Wichser, Bro! Was macht denn? Oh mein Gott! Vorne links links in die Kamera! Jeden hat die Kamera! Jeden hat die Kamera! Jeden hat die Kamera! Jetzt muss nur noch raus! Links durch die Tür! Ja! Das war's! Ja, das war's ja, dann hat sich verlaufen. Das ist over. Der Run ist over. Peace. Scheißkerl. Was ist das? Du hattest keinen Sauerstoff. Als ob du nicht... Bruder, du standest da und hast eine Minute lang dieses Monster angeschaut. Weil während dein Sauerstoff... Du bist wirklich der Schlechteste. Du bist der Schlechteste von uns, Max. Muss man leider sagen, ne? Rewe, ich hab dich gefickt. Ey, Junge. Wegen Trimax mal wieder verloren, Digga. Wirklich. Das ist wie bei Papa Platte im Team zu spielen. Man kann nur verlieren. Ja, Max. Du hast unseren ganzen Run gefickt. Glückwunsch. Wirklich. Du bist der Krasseste, Max. Ehrlich. Du bist der Krasseste. Ich geh jetzt weg. Also... Ja, bitte. Du bist das krass. Hau rein. Ich bin... Nein, nein, nein. Ich geh jetzt offline. Ciao, ciao.